Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade praktisch in den Wolken. Ich bin auf einem hohen Berg in der Nähe von Chiang Mai und ich befinde mich auf ca. 1600 Metern Höhe. Ja, ich bin praktisch in den Wolken. Also hier sieht man nur Nebel. Und ich drehe mich mal, damit ihr die ganze Umgebung sehen könnt. Hier wird ein bisschen was verkauft. Selbst für die Leute, die lange gelaufen sind, die können sich dann etwas kaufen. Und ja, ich bin mitten in den Wolken und das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Deswegen werde ich dir morgen mehr erzählen. Aber ich möchte, dass dieses Video dich inspiriert durchzuhalten, wenn du eine schwierige Aufgabe erledigen musst. Wie zum Beispiel Deutsch lernen. Deutsch zu lernen ist, wie an den Berg zu besteigen. und genauso wie beim Bergsteigen muss man auch durchhalten. Okay? Ich erzähle dir morgen mehr darüber. Bis dahin besuche join-german-club.com, wenn du richtig loslegen möchtest mit dem Deutsch lernen. Okay? Bis morgen. Wir sehen uns. Tschüss! Ciao.